Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mir mit euch eine kleine tragbare Powerstation anschauen und zwar hier von der Firma Broway. Hierbei handelt es sich um eine kleine Powerstation mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Das heißt, wir haben hier Akkus, die mehr als 3500 Lebenszyklen bei 80% durchhalten. Und hier der Hersteller gibt auch auf dieses Produkt eine 60 Monate Produktgarantie und garantiert, dass die Akkus auch 10 Jahre halten. Das sind schon mal an sich sehr gute Werte. Kommen wir aber gleich zu dieser kleinen tragbaren Powerstation. Klein kann man sie nicht nennen. Schauen wir uns einfach mal die Abmessung sowie das Gewicht an. Ich habe hier einfach mal das Gewicht ermittelt und komme hier auf ca. 10,7 bis 11 Kilo Reingewichte dieser kleinen Powerstation. Die Powerstation würde ich auch nicht mehr als so ganz kompakt bezeichnen. Wir haben hier eine Höhe von 33 Zentimeter, eine Breite von ungefähr 44 Zentimeter und eine Tiefe von ungefähr 14 Zentimeter. Somit ist die Powerstation nicht mehr ganz so kompakt, hat aber eine Besonderheit hier mit im Lieferumfang. Wir schauen uns hier einfach mal die Besonderheit und dann den Lieferumfang an. Die Besonderheit hier bei dieser kleinen Powerstation ist, wir haben ein integriertes 30 Watt Solarpanel. Ihr seht, wir können hier das Panel aufklappen, haben hier oben einen Tragegriff und hier hinten einen zweiten Tragegriff und dieser Griff kann auch als Aufständerung verwendet werden. So könnt ihr das Solarpanel einigermaßen zur Sonne ausrichten, sodass ihr einen optimalen Ertrag erzielen könnt. Hierzu kann ich euch auch gleich mal Daten mitgeben. Wir haben hier ein Solarpanel mit 30 Watt verbaut. Der Hersteller gibt an, mit diesem Solarpanel können wir im Schnitt 30 Watt erzeugen, wobei ich sagen muss, die 30 Watt habe ich hiermit noch nie erzeugen können. Allerdings sind hier Leistungen bis sagen wir mal 20, 25 Watt möglich. Im Moment kann ich das schlecht testen. Wir haben hier Spätherbst in Deutschland. Das heißt, der Himmel ist fast komplett bedeckt und hier seht ihr einfach mal, was ich mit diesem Solarpanel noch bei dieser Leistung, bei diesen schlechten Wetterverhältnissen herausziehen konnte. Das heißt, so etwa 17 Watt sind bei diesem Wetter mitunter noch möglich. Das bedeutet für euch, wenn ihr die Powerstation nutzt und auch entleert und ladet zum Beispiel kleinere Geräte wie eure Smartphones auf, könnt ihr mit dem Solarpanel sicherstellen, dass die Powerstation auch weiter geladen bleibt. Zum reinen Aufladen der Powerstation ist das Solarpanel deutlich zu klein. Hier würdet ihr mehrere Tage brauchen, um die Powerstation so aufzuladen. Des Weiteren haben wir im Lieferumfang so ein schönes Transporttäschchen. Da schauen wir mal kurz mal rein. Wie ihr seht, haben wir hier eine mehrsprachige Bedienungsanleitung, ein Ladekabel für den PKW. So könnt ihr die Powerstation am PKW oder im LKW aufladen und dann dementsprechend noch hier ein Ladenetzteil, sage ich einfach mal. Hiermit könnt ihr dann dementsprechend die Powerstation auch ganz normal am Stromnetz aufladen und auch einige Adapterstecker sind im Lieferumfang. Es ist des Weiteren noch ein Hohlsteckerkabel hier mit dabei. Somit könnt ihr auch dementsprechend externe Geräte betreiben an dieser Powerstation, die über diese Buchsen 12 Volt Anschlussbuchsen verfügen. Beginnen wir gleich zu Anfang mit dem wichtigsten Test oder das macht mich meine Zuschauer am meisten interessiert. Was können wir denn aus dieser Powerstation herausziehen? Wir haben hier einen Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer Zeckerkapazität von 614 Wattstunden verbaut. Was können wir aus diesem Akku entnehmen? Ich habe hier mal einige Tests gefahren. Hier seht ihr einen Test in Schnelldurchlauf und hier habe ich mal AC-seitig die Energie entnommen. Wenn ihr die Energie recht schnell entnehmt, könnt ihr hier im Schnitt 500 bis 520 Wattstunden aus dieser Powerstation entnehmen. Ich habe die Powerstation auch DC-seitig entladen und zwar etwas langsamer. Hier müsst ihr dazu wissen, je langsamer ihr die Powerstation entladet, je mehr braucht natürlich die Powerstation Energie auch für sich selber. Somit könnt ihr dann dementsprechend weniger Energie aus der Powerstation herausziehen. Ich habe die Powerstation noch mal etwas langsamer entladen und konnte so im Schnitt 450 bis 500 Wattstunden aus der Powerstation entnehmen. Jetzt müssen wir die Powerstation natürlich auch wieder aufladen. Hierfür haben wir das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät dabei. Das habe ich zum Laden mal genommen und habe hier auch mal einige Ladezyklen durchgefahren und hier habe ich im Schnitt um die 670 bis 710 Wattstunden in das Gerät einladen müssen, um den Akku wieder aufzuladen. Alles in allem sind die Werte okay. Das heißt, wir können hier garantiert unsere 80 Prozent Kapazität aus dem Akku entnehmen. Das ist ein Standardwert, der eigentlich von den meisten Powerstationen eingehalten wird. Kommen wir dann als nächstes zur Powerstation selbst. Hier der Hersteller gibt an, dass er einen lebenslangen Subort für die Powerstation gibt und wie gesagt, 60 Monate Garantie. Wir drehen die Powerstation mal nach vorne. Hier sind die Hauptanschlüsse dieser Powerstation vorhanden. Ich habe sie mal geöffnet. Sie sind hier mit diesen Gummikappen geschützt. Ihr seht, wir haben hier diverse Inputs und Outputs. Beginnen wir einfach mal von oben. Wir haben hier oben ein schönes übersichtliches Display. Dieses wird mit diesem Taster gestartet oder auch abgeschaltet, damit wir dann auch gleichzeitig die Powerstation in Betrieb genommen. Hier einfach mal kurz den Taster betätigen und somit schaltet sich die Powerstation ein. Wird die Powerstation nicht mehr verwendet, das heißt, wir haben hier keinen Input und Output, schaltet sie automatisch wieder aus. Dann kommen wir gleich zur DC-seitigen Entnahme. Hier oben haben wir drei USB-Ports. Einmal ein BD-Board mit 65 Watt und zwei Fast Charge USB-A-Ports mit maximal 18 Watt. Dieses sind aber zusammen. Das heißt, wenn wir hier zwei Geräte anschließen müssen, müssen diese sich die 18 Watt maximal teilen. Darunter haben wir unsere Hohlstecker für den Output. Hier hatten wir ein Adapterkabel im Lieferumfang. Hier können wir jeweils 12 Volt, 10 Ampere entnehmen. Dann haben wir hier drüben unseren Input. Hier dieser Input nimmt DC-seitig 12 bis 30 Volt auf. Und ganz wichtig, hiermit können wir die Station mit maximal 4,5 Ampere aufladen. Auch wichtig, wir können natürlich hier mit unserem Ladegerät oder DC-seitig aufladen, zum Beispiel auch mit einem externen Solarpanel, aber auch gleichzeitig hier das seitliche Solarpanel mitnutzen. Beide Ladefunktionen können parallel zueinander genutzt werden, aber achtet bitte darauf, hier vorne. Der Anschluss schafft nur 4,5 Ampere. Schließt ihr bitte keine zu großen Solarpaneele an. Wenn hier zu viel Leistung hineingeht, sind hier drinnen die technischen Kabel und Anschlüsse nicht für mehr ausgelegt. Bitte kein zu starkes Overpaneling hier an diesem Gerät durchführen. Verwendet hier ein standardgemäßes zum Beispiel 100 Watt Solarpanel, 12 bis 30 Volt, um das Gerät aufzuladen oder vorzugsweise natürlich das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät. Dann haben wir darunter nochmal hier einen DC-seitigen Ausgang, ganz normalen, wir sagen einfach umgangssprachlich Zigarettenanzünder oder 12 Volt Stecker. Diesen kennt ihr aus dem Campingbereich und könnt diesen hier natürlich auch ohne Probleme nutzen. Daneben haben wir unseren ganz normalen AC-Ausgang. Hier haben wir einen AC-Ausgang mit 230 Volt. Der Hersteller gibt eine reine Sinuswelle, das testen wir dann. Und hier können wir bis zu 600 Watt entnehmen, wenn ihr hier eine größere Last anschließt, wird die PAU-Station abschalten. Darüber haben wir die beiden Taster, die da steuern können. DC-seitiges Ein- und Ausschalten, AC-seitiges Ein- und Ausschalten. Und ihr seht hier oben dann am Display, wenn ihr diese Funktion nutzt, was ein- und ausgeschaltet ist und was hier rein sowie auch raus geht. Auf der Oberseite des Gerätes habt ihr hier noch einen schönen Tragegriff und auf der Rückseite des Gerätes habt ihr hier einen weiteren Griff. Ich weiß nicht, ob man das als Tragegriff bezeichnen kann. Es ist aber auch im Großen und Ganzen hier als Stellfuß verwendbar, sodass dann auch eure Solarpaneele ordnungsgemäß ausgerichtet werden, die hier natürlich verbaut sind, sodass ihr sie optimal zur Sonne ausrichten könnt. Auf der Rückseite haben wir dann nichts weltbewegendes mehr, unseren dementsprechenden Kühl-Lüfter-Ausgang und hier einige technische Hinweise. Kommen wir als nächstes zum Laden und Entladen des Gerätes. Beginnen wir mit dem Aufladen. Ich weiß, dass viele diese Geräte natürlich beim Camping oder im Camper verwenden und das bedeutet natürlich für euch, in der Regel wird hier ein Panel angeschlossen, ein Solarpanel, ein PV-Panel, was eigentlich immer daran verbleibt. So würde ich es zumindest machen, wenn ich beim Camping bin. Und hierfür ist für mich natürlich wichtig, dass die ganze Geschichte selbstständig funktioniert. Das heißt, dass das Gerät sich früh selbst einschaltet, abends automatisch ausschaltet und dann dementsprechend keine nervigen Klickgeräusche dabei macht. Das heißt, wir haben hier einfach ein 50 Watt Solarpanel vielleicht draußen auf dem Camper angebracht. Frühs geht die Sonne auf und jetzt möchte ich mal schauen, was hier passiert. Wie ihr seht, hatten wir die Station ausgeschaltet. Ich habe hier einfach mal eine Spannung eingestellt. 9 Volt bei 0,1 Ampere. Hier dürfte eigentlich nichts passieren. Wir schalten jetzt hier mal dieses Gerät ein oder die Spannung zu und schauen mal, was hier passiert. So, ihr seht, 9 Volt. Hier läuft kein Strom. Nichts passiert. Jetzt erhöhe ich einfach mal die Spannung auf 12 Volt. Das ist ja die vom Hersteller angegebene Spannung, bei der das Gerät starten sollte. Ihr seht, jetzt haben wir 11 Volt erreicht. Das ist noch unter den Angaben des Herstellers. Das Gerät hat hier nahtlos mit der Arbeit begonnen. Wir haben kein Klicken gehört, kein Klacken, kein nichts. Das Gerät hat sich einfach eingeschaltet und beginnt mit der Aufladung. Ihr seht, ich habe hier noch 0,08 Ampere eingestellt. Das sieht man natürlich hier im Display. Der Akku signalisiert uns zwar, dass er geladen wird, aber hier kommt nichts Weltbewegendes an. Jetzt fahren wir hier einfach mal mit den Ampere etwas hoch. Ich fahre jetzt hierfür einfach mal die Spannung etwas höher. Sagen wir einfach mal so um die 13 Volt. Und wir gehen auch bei den Ampere einfach mal etwas höher. Sagen wir einfach mal, wir wählen hier 5 Ampere aus. Das müsste das Maximum sein, was wir hier reingeben können. Und wir schauen mal, was passiert. Und ihr seht hier, das Display zeigt uns an, dass die Powerstation geladen wird. Und wir laden jetzt hier mit circa 54 Watt. Wir gehen jetzt nochmal mit der Spannung hoch. Mal schauen, ob wir dadurch dann die Ladeleistung erhöhen können. Wir gehen mal auf die fast 30 Volt, die vom Hersteller angegeben sind. Und wir gehen mal auf 30 Volt. Und wir sehen, wenn wir hier auf 30 Volt gehen, nimmt sich die Powerstation circa 4 Ampere. Und wir liegen hier irgendwo um die 122 Watt Ladeleistung. Kommen wir als nächstes zur AC-seitigen Energieabnahme. Ihr seht, der Hersteller hat hier nur eine Schuko-Steckdose angebracht, eine AC-seitige Schuko-Steckdose. Diese hat hier zwei Schutzkontakte verbaut, zwei PE-Kontakte. Allerdings hat diese Powerstation keine USV-Funktion und hat natürlich auch keinen direkten Stromanschluss, AC-Stromanschluss. Was also bedeutet, hier diese Erdkontakte sind mit nichts verbunden. Das heißt hier, diese simulieren uns eine Pseudo-Sicherheit, denn hier diese Powerstation ist natürlich nicht geerdet. Und somit sind auch hier diese Kontakte nicht geerdet. Was also für euch bedeutet, ihr habt bei der Verwendung hier dieses AC-Anschlusses keinen Erdanschluss und seid somit nicht geerdet. Das möchte ich mal mitgeben. Wichtig, das ist aber bei diesen kleinen Powerstationen so üblich und sollte halt nur mal mit erwähnt werden. Jetzt kommen wir zur Energieabnahme. Da ja hier nur eine Schuko-Steckdose verbaut ist, ist diese Powerstation in der Regel auch nur dafür gedacht, dass ein Gerät hier angeschlossen werden soll. Das sollte man in der Regel auch so machen. Allerdings für meinen Test brauche ich jetzt hier mal eine kleine Verteiler-Steckdose, damit wir unser Messgerät anschließen können. Das mache ich hier einfach mal. Ich gebe diese kleine Verteiler-Steckdose ein und wir schließen mal unser Messgerät an. Wir schalten jetzt einfach mal den AC-Ausgang ein, schauen was passiert. Wir sehen, der AC-Ausgang fährt hoch. Wir haben hier 233 Volt bei 50 Hertz, eine reine Sinuswelle, so weit, so gut. Jetzt schließen wir einfach mal hier einen Verbraucher an. So, wie ihr seht, habe ich mal einen kleinen Verbraucher hier angeschlossen. Wir entnehmen hier circa 150 Watt, sind hier bei circa 240 Volt. Hier ist etwas bei dieser Anzeige nicht ganz korrekt. Diese Anzeige zeigt mir 230 Volt an. Ich sehe aber hier 240 Volt, die wir hier entnehmen. Wir haben unsere 50 Hertz, die sind auf jeden Fall noch da. Und jetzt steigern wir mal die Abnahme und schauen mal, wann die Powerstation aussteigt. Wir haben jetzt mal die Abnahme auf circa 300 Watt erhöht. Ihr seht hier im Display 320 Watt. Was besonders positiv auffällt, bei 320 Watt haben wir hier einen Geräuschpegel von nahezu null. Kein Lüfter läuft, nichts macht Krach. Und wir können weiter unseren AC-Ausgang nutzen. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Somit ist die Powerstation natürlich bei geringen Lasten sehr leise. Dann erhöhen wir nochmal die Abnahme. Das heißt, ich habe jetzt mal so ungefähr 450 bis 500 Watt eingestellt. Auch hier kein Lüfter zu hören. Und alles läuft noch tadellos. Wir schauen mal kurz hier auf unser Messgerät. Wir haben 229 Volt, 50 Hertz, reine Sinuswelle, alles okay. So, jetzt drehen wir so nach und nach die Leistung hoch. Jetzt sind wir bei 500 Watt. Immer noch alles stabil. Und jetzt überschreiten wir mal die 600 Watt. Mal schauen, wie lange das gut geht. Wir sind jetzt hier bei 640 Watt. Es läuft immer noch kein Lüfter. Alles läuft noch relativ stabil. Wichtig. Wir sehen aber bei der Spannung, diese bricht langsam ein. Wir haben jetzt hier 218 Volt. Das wäre gerade noch so im Limit. Das heißt, hier können eure Geräte noch tadellos funktionieren. Und wir sehen, bei 640 Watt läuft eigentlich alles noch tadellos. Ich werde jetzt einfach mal Folgendes machen. Wir spulen im Video mal etwas vor. Und ich entnehme jetzt mal für einen längeren Zeitraum die 640 bis 650 Watt. Mal sehen, ob die Baustation das auch für einen längeren Zeitraum liefern kann. So, hier an dieser Stelle ein kleiner Einwurf. Jetzt sind circa zweieinhalb Minuten vergangen. Und ihr hört, dass der Lüfter jetzt hier hörbar gestartet hat. Hier möchte ich auch mal einen kleinen Test vorweg nehmen. Wir schauen mal, wie laut die Anlage jetzt hier ist. Und ihr seht, im näheren Umfeld liegen wir noch deutlich unter 50 dB. Das geht eigentlich auch noch in Ordnung. Jetzt entnehmen wir hier noch mal etwas länger die Energie und schauen mal, ob die Powerstation diese Leistung auch für einen längeren Zeitraum durchhält. So, an dieser Stelle auch mal ein kleiner Break. Wie ihr seht, läuft hier alles noch tadellos. Wir haben hier circa eine 10-minütige Energieabnahme. Wir sind über den Angaben des Herstellers. Alles läuft tadellos. Was ich jetzt noch mal testen will, wie sieht es mit Laden und Entladen gleichzeitig aus? Wir nehmen hierfür das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät. Stecken das jetzt hier auch noch mal mit an. Und versuchen das Gerät während der Energieabnahme zu laden. So, das funktioniert. Ihr seht, wir haben hier eine Ladung. Das heißt, wir können hier mit 100 Watt aufladen. Wichtig, wir entnehmen hier unten über 600 Watt. Das heißt, als USV ist das Gerät nicht geeignet. Wir können aber während der Abnahme trotzdem weiter aufladen. Sei es über Solar oder hier den mitgelieferten Ladeadapter. Dann schauen wir noch mal kurz auf die Lautstärke. Und hier seht ihr, dass die Lüfter jetzt auf der maximalen Leistung drehen. Hier sind wir nun deutlich über 50 dB. Das heißt, jetzt ist die Anlage natürlich deutlich hörbar und ist auch relativ laut. Das heißt, es gibt lautere Powerstationen, aber bei 51 dB in der näheren Umgebung ist das schon recht nervig. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, bei der starken Leistungsabnahme und auch gleichzeitigen Aufladen ist das okay. Geht dieser Lautstärkepegel auch noch in Ordnung? So, jetzt reizen wir das mal aufs Maximum aus. Wir sehen, wir haben hier 600 Watt Abnahme. Die Spannung ist mittlerweile auch auf 206 Volt eingebrochen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich gerade lade und entlade gleichzeitig. Das wäre schon kritisch für viele Geräte. Aber wie gesagt, der Hersteller hat angegeben, dass wir bis 600 Watt vernünftig entnehmen können. Wir entnehmen im Moment 660 Watt. Jetzt drehen wir das mal etwas auf und schauen mal, was passiert, wenn ich hier zu viel aus dieser Powerstation an Leistung in einem Zug entnehme. Wir fahren jetzt hier mal vorsichtig hoch. Ich versuche mich mal, den 700 Watt zu nähern. Aber hier scheint noch alles relativ stabil zu laufen. 680 Watt. Wir übertreiben es jetzt mal extrem und überschreiten mal deutlich die 800 Watt. Und hier seht ihr, gibt es einen Fehlalarm. Und die Powerstation schaltet ab. Das heißt, wenn ihr die 700 Watt überschreitet, oder hier in meinem Fall, ich habe die 700 Watt überschritten, so hat der AC-Ausgang abgeschaltet. Nichtsdestotrotz, die Ladung läuft weiter. Wir können weiter das Gerät aufladen. Und der Sicherheitsmechanismus hat gegriffen. Kommen wir zu guter Letzt zu einem kleinen Fazit der Boway Powerstation. Was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? Sehr gut hat mir natürlich gefallen, dass in dieser Powerstation ein Solarpanel verbaut ist. Man muss aber fairerweise dazu sagen, wäre die Powerstation komplett entladen, bräuchte ich wahrscheinlich theoretisch über 50 Stunden, um diese realistisch aufzuladen. Das heißt, das ist eher eine Spielerei. Und dieses Solarpanel dient eher dazu, kleinere Entnahmen, wie zum Beispiel das Laden eures Smartphones, auszugleichen. Das funktioniert allerdings sehr gut. Und somit kann man sich natürlich noch mal etwas Ladung unterwegs hier quasi aus der Sonne beiziehen, ohne extra Solarpaneele mitnehmen zu müssen. Auch sehr gut gefallen hat mir der Lautstärkepegel. Die Powerstation ist im Großen und Ganzen ziemlich leise. Erst bei sehr hohen Leistungsabnahmen springt der Lüfter an. Ihr seht, ich lade im Moment und man hört kaum etwas, was ich allerdings noch dazugeben muss. Beim Laden mit dem Ladeadapter hört man, wenn man ganz nah an die Powerstation drangeht, ein kleines Tackern oder Klicken. Ich versuche es einfach mal für euch aufzuzeichnen. Ich hoffe, ihr konntet es hören, aber man hört es wirklich kaum. Und es ist eigentlich kaum der Rede wert. Nur so als Info mitgegeben. Auch gut gefällt mir, dass die Leistung, die hier der Hersteller angegeben hat, die ich aus dem AC-Port ziehen kann, wirklich eingehalten wird. Das heißt, wir können hier 600 Watt und sogar etwas mehr herausnehmen, ohne dass die Powerstation merklich einbricht. Das heißt, die Spannung stimmt noch und wir haben auch noch eine reine Sinuswelle. Kommen wir zu den Nachteilen, die hier auch mit erwähnt werden sollen. Die Powerstation ist im höheren Abnahmesegment, sagen wir einfach mal hier dauerhaft 600 Watt entnehmen oder dauerhaft stark laden und starke Entnahme. Natürlich hörbar laut, das heißt über 50 dB. Dessen sollte man sich natürlich klar sein, es ist nicht super laut. Es gibt deutlich lautere Powerstationen, wie zum Beispiel die aktuelle Powerstation von Anker, die ich vorgestellt habe, ist deutlich lauter. Aber 50 dB sind schon hörbar. Was natürlich auch noch mit erwähnenswert ist, vielleicht auch negativ, ist das Gewicht der Powerstation. Wir haben ja eine Powerstation, die über 10 Kilo wiegt, ist nicht anders machbar bei dieser Akkuleistung. Allerdings sollte man das auch schon mit bedenken. 10 Kilo sind schon ganz schön schwer, wenn man diese mit sich dauerhaft umhertragen muss. Auch die Ausmaße sind recht groß, aber ich möchte sagen, das geht eigentlich auch noch im Großen und Ganzen in Ordnung. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch hier in diesem Video wieder mal einige hilfreichen Infos zu dieser Powerstation geben. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr euch für diese Powerstation interessiert, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch diese Powerstation. Und so könnt ihr herausfinden, was diese Powerstation aktuell kostet. Diese Powerstation wird auch öfters mal mit einem Rabatt angegeben oder angeboten. Diesen könnt ihr natürlich dann dementsprechend auch auf den dementsprechenden Seiten einlösen. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Marc auf YouTube. Euer Marc auf YouTube.